Hallo, kennst du das? Du willst innere Ruhe und Gelassenheit, aber du bist nervös. Du bist ungeduldig, du bist innerlich aufgeregt. Nervosität breitet sich in dir aus und du willst immer wieder versuchen, in der Ruhe zu kommen, in der Gelassenheit, damit du aus der Mitte heraus in deinem Leben Entscheidungen treffen kannst. Aber immer wieder, diese Ungeduld lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Wie kannst du das erreichen? Ganz einfach, in eine Hypnose. Ich führe dich gerne in eine tiefe Trance und somit erreichst du deine innere Ruhe, Gelassenheit, Geduld. Ich freue mich auf dich.